ja das ist der laste war's, Tore im Lachdruck kommt hier ja war's, du hast den Luchs da rausgelassen, er hat noch nie mal angefangen, er dachte ich, auf der Reus bringe ich noch mal wir sind ja, sind Tag 3 und trotzdem habe ich meine K.O.s, Mitte halb oder meint sind alle geschafft ja jetzt mach wir spielen jetzt Verhör, Alex, der Rest nicht rum mach ich spiele auch nachher auch ohne Aufnahme weiter, jetzt mach du kannst ja machen, ich habe Tore jede Folge aufgenommen ja, würde ich auch gerne machen, aber wir müssen ja aufholen, du kannst ja aufholen, wenn du willst ja, ach, deswegen, wenn ich Level 10 4 Wochen, FTW ne, 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 12 Wochen ich will 12 Wochen machen 12 dann habe ich die Hunter Reise beendet, glaube ich mit dem ich rechtem Sinne was waren wir mit dem Hunter oder Firefly? der Hunter oh oh level 1 level 1 der Spiel ist auch noch nicht so lange also wir sind immer die schlechtesten, muss man sagen ja so, ich brauch noch 2 K.O.s mit halb oder halb oder gewählst ja, ich brauch noch 2 K.O.s mit halb oder gewählst wenn wir weniger als 6 schaffen, minus 30 und sonst minus 10 weiß ich halt nicht mehr genau, nicht mehr ganz genau komm wieder Highschool, Zentrum ist ein Arsch ne, komm Zentrum Tore ich hätte auch Zentrum wählen müssen da du hast eben schon Highschool genommen man, komm geh mal rüber jetzt Alex zum Zentrum ach das kann ich noch umändern weiß ich nicht klar warum nicht und nicht schon wieder Highschool, ohne Spaß ja, was willst du machen? wieso Explosionsexpert der FTW mir egal, solange, solange sie Lakeside ist ja, Lakeside ist für Kevins Lieblings-Map vorher kenn ich nicht muss ich kenn? nur am rumragen, ne nur am rumragen auf der Map ja ja, aber klar Kevin die Teile werden in Vorräte umgewandelt das stand da doch eben ja, ne, hat aber kein Problem ja du sagst, sie behält man nicht die werden nicht umgewandelt und alles die behält man doch nicht du mein jetzt hat sie ja null ach, so meintest du das ich mein das anders ich dachte ja, du musst sie trotzdem im Endgame ausgeben, Alex ich hab alle ausgegeben ja, ich hab alle ausgegeben ich hab alle ausgegeben ja, alle die verdienen ja, alle die du verdienst, Alex, aber du behältst sie ja trotzdem ich hab auch 3000 gekriegt komm, jetzt mal knüppel hier was ist das denn? das ist ja fast nix zu gewesen was ist das denn für Müll? da war ja nur scheiße drin oh, zweimal Explosionsding äh, kack, ey kack, ey ich kann nix machen ich geh euch mal truesten ich geh mal links rum komm auch mit Kevin rechts rum ab durch die Mitte ab durch die Mitte er ist mir hier drin kämpfen sagst du ab ins Damenklo ab ins Damenklo ich geh erst mal wieder ins Damenklo kennst mich doch knüppel guck doch, knüppel 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 afkar-spieler ne, schade oder? ey, guck, einfach afkar-spieler gucken ja, was? wie war er uncharted, man oh, unter mir ist ne Truhe ey, da oben war doch schon einer da bin ich nicht in der Optik Doppel 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 What the fuck? Nein, er war ne Nagelbombe Ich höre 2 K.O. Ja, ich höre 2 K.O. Ja, ich höre 2 K.O. Ist die aufgestanden? Wie das denn gemacht? Der war am krabbeln und ist aufgestanden wieder Pass auf Kevin Da Der, der, der ist wie aufgestanden Gibt's da irgendwie Perf? Nö Du bist bestimmt halt wie aufstehen Ich hab zwei umgeschossen, ja hör den mal Oder wurde irgendwo aufgestanden Oder ist mit einer hinter der Watten eine wiederbelebte oder? Das war irgendwie scheiße Das dümmste war Ich hab die Ball umgeschossen, lauf zu den Hinweg für die Verhörer und dann liegt da ne Magebombe irgendwo So, geile Tore Ich hab schon ne Rüstung oder ne Beschutzwerte Äh, eine Frage hätte ich doch noch Ja Wenn ich jetzt die Teile also hier schere und alles einsammeln, ne behalte ich die auch für die nächste Runde? Nein So Da ist immer möglichst alles herstellen Ja, ja Nare Keule Tore Ich hab keine Keule mehr, weil ich drauf gegangen bin Oh Alex, wo war der? Ich bin direkt neben dir Bei der Bus Richtig, oder? Hast du Mummkipp? Ich hab ne Halbplätze, alter bin ich scheiße Nein, ich hab die gekillt, oder? Holst du den Tore? Ja, wenn da ist einer Ah ne, das ist Tore Ja, ich war Hölling gerade Na gut, komm Ja Das ist auch schön Tore Schön Dann haben wir schon mal drei Stück und lassen wir in die Richtung gehen Der Held Held Da kommt einer Uh, wo ist denn denn? Oh die Familie Wo ist denn denn? Ich hör den! Ich hör den! Held mir, ich hör den! Ich hör den, ich hör den! Ja, ich hör den! 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 ich werde angeschossen noch zwei stück aber der mich gerade umgeschossen und beide ich habe eine weste habe ich schon jetzt habe ich noch mal money gold ich habe ich elf schluss und automatischen wo warten wir insgesamt fünf höhere egal wen oder ja insgesamt nicht alle einmal also einfach irgendjemand alter und immer nur zwei schuss habe ich auch fünf und die gehen noch nicht mal ja ich habe mir jetzt schon gegeben das meine ich gar nicht meine die brauchen zwei schüsse ich bin tot so daraus ist eine halbe 2 die sterben umgeschossen haben geschmissen das man ja ich weiß nicht was auf meinen nagebomben auch noch soll ich alle tot sein oder einfach weg gekrabbelt oder so einer ist dann auch in die richtung mutter medie medie hier da heute auf was du hast du gehört das links du wirst verhörten im ort auf zwei ist abgeschossen alex ja ich wollte ihn gerade zu hören ja ich dachte das ist nicht darum ja nee ist klar ich bin er wieder dick erster dass die ganze höhere maria da kommt meine andere haben wir wussten sie jetzt auf eine ebene ist über mir über mir ist einer der wir sehen gerade das ist oben in 200 wie komme ich dann hoch und dann sollte molotov fiktig das leuchtuppe muss man was hieß in den ganz oben warum das war dann mit mongos im team ich habe ein nahrung der baller weiter auf der rand foto auf die ecke zwei ich habe jetzt habe ich 16 kürze mit arbeit mal richtig gelesen ich bin da schon wenn die ist doch glaube ich hier ich habe nichts zu werfen ich habe ich meine narik heute ich höre ich bin aber dir aber nicht rennt oder das ist meine zwei ich sag jetzt mal so anders okay da aber dann ist unser auf der seite wahrscheinlich ja dann habe ich da trotzdem die nagelbeutel hier oben ich bin alex alex ist bei dir gut alles was verändert ja das muss der platte tippen ja gut durch ich habe schon 30 automatisch wenn man eigentlich hier irgendwer mit dem schließfach und auch auf dem weg aber ich musste kämpfen ja noch helfen oh gott das ist ein fenster aber ein headshot was ein das tod hat schon gesagt wird die man richtung zu deren hier am fenster da drin ich gehe rein da auf der sitze hinter ich habe sie gesagt und ich werde um die drauf ich helfe dir kurz lassen kurz mal krabbeln darf ich nicht exekutiert danke nein ich dank alex du bist du ein morgen und er durch mich auch investiert wenn es danach geht okay wenn ich schieße in oben ich belebe ein typ exekutiert dann würde ich jetzt mal nicht wiederbelebene das war so er hat mir eben auch investiert das war ja mit voller absicht jetzt er denkt doch auch aber mir ist einer darfst du ich bin drauf ich bin fast tot ich habe keine money mehr ich kann ich habe ich habe ich habe ich habe ich auch verspätten eingang ja exekutiert er führt mich gerade ich habe das verspätten einen los ich stehe ich habe ja er hat 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 mich um ja ich habe gewonnen haben wir geschafft ja gewonnen was für ein gefühl eingang versperren ja ich habe gar nicht gemacht er hat er exekutiert er darf ja auch weil wir haben wir gewonnen ja kommen plus plus 22 24 gut 50 das sind ja keine keine kräfte alles klammer alter ich habe plus zehn gesunde und noch ein hungriger story kam ja kevin vorlesen ja feier vielleicht haben angegriffen du konntest ringer ist klang von dem angst der fall verbessern somit sind nur sehr wenig klar die haben das gestorben ja auch und habe ich jetzt noch drei jetzt habe ich traurig gesunde keine hungrigen kann ja auch auch krein seit 30 gesunde keine hungrigen keine kann ja sie ist sieben gestorben über die auch so 14 gesund alles klar haben sie sechs gestorben vielleicht noch eine runde weil das so kurz war weil wir so schnell gewonnen haben die folge so die folge ist elf minuten wo wir eine da einer die noch eine schweiziger folge ist noch drin und dann die werden nach hier mal raus die werden nachher dann irgendwie 30 minuten lang und 20 minuten folge haben ne gut dann vielen dank fürs zuschauen bis zur nächsten folge und haut rein tschüss alles klar tschüss krein krein Vielen Dank.